Das große RTL-Highlight. Hinter Gittern. Die 150. Folge. Sie glauben an Verrat. Ihr habt euch leider die Falsche für eure Schikanen ausgesucht. Sie entdecken Betrug. Die Ball hat den Bogen überspannt. Dafür muss ich bezahlen. Sie wollen die Revolte. Wir haben die Station in unserer Gewalt. Sie fordern Rache. Wenn es jemand schafft, diese Revolte zu beenden, dann du. Wir werden sie fesseln. Das große Hintergittern-Highlight. Die Doppelfolge. Heute 21.15 Uhr. Ich will mehr.